Heute schreiben wir den 14. September 2022 und die Partnerschaft zwischen Industrie und Handwerk ist mehr gefragt als denn je. Der Tag für uns heute hat uns hättig wesentlich näher gebracht. Wir haben sehr viel mitbekommen von Produkten, die wir so aus dem täglichen Leben nicht kannten, also auch Lösungen, die sie vorschlagen, die in den gesamten Raumsystemen dargestellt werden. Das ist für uns natürlich toll, weil wir in Scheinehandwerk ja innovative Konzepte suchen. Die Produktion war auch sehr, sehr interessant. Also diese Geschwindigkeit und die Genauigkeit und Exzellenz im Produkt am Ende zu sehen, das war schon toll. Und ganz ehrlich, was uns besonders gut gefallen hat, auch am Tag, war die vielen netten Leute, die wir hier getroffen haben. Hettich ist offensichtlich ein nahbares Unternehmen. Wir können mit ihnen reden. Wir sind bei Dulce. Das ist schon auch für uns wichtig, denn wir arbeiten gerne mit Menschen. Die Augen wurden uns geöffnet, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil wir brauchen die Kommunikation, wir brauchen den Dialog mit unseren Anwendern. Und darum werden wir auch weitere Veranstaltungen anbieten.